So Freunde, kurz dazwischen gegrätscht. Wir haben tatsächlich eine Community gefunden, der den Player Pick unbedingt machen will. Und wir gucken mal rein gemeinsam. Oh, und das wäre mein worst case. Oh oh, Medina, Bailly, Roussillon und wir haben tatsächlich einen Giroud am Start. Ihr seht es da vom Rating her. 3,90, 94, 94, 94. Oh oh, Freunde. Also gut, du hast Bailly schon, du hast Medina schon. Die Frage ist jetzt Giroud oder Roussillon. Und ich könnte mir vorstellen, Giroud ist bei 37k. Das ist bei ihm halt auch nicht besser aussieht, bei Roussillon. Also da ist bei 80k noch gut bedient dann sozusagen. Aber du hast halt über 250k ausgegeben. 80k Roussillon nimmt er jetzt mit, den er noch nicht hat. Boah, ist das bitter. Boah, ist das bitter, Freunde.